Hallo ihr Lieben, Willkommen bei Unconventional und dem Space-Store. Wir kommen heute zu unserem zweiten Produkt, das wir euch gerne vorstellen wollen. Für alle Star Wars Fans, es ist der Furbacca. Und zwar, wenn ihr alle noch den Furby von früher kennt, gibt es praktisch den Furbacca, ein Chewie im Furby-Outfit. Viel Spaß dabei! Im Karton selber habt ihr auch eine Beschreibung dazu und wie der Furbacca funktioniert. Wir packen den Karton jetzt mal aus und gucken uns den Furbacca mal an. So schaut er praktisch aus, wenn er direkt aus dem Karton raus kommt. Die Augen sind geschlossen. Guckt total niedlich aus, dass ihr mal von der anderen Seite auch seht. Ich packe ihn jetzt gleich noch aus dem Karton auch noch aus. Also das Ding ist jetzt mal ausgepackt soweit. Allerdings ist es wohl hinten mit zwei Schrauben am Karton selber befestigt. Das ist dann ein bisschen kompliziert. Da schrauben wir das jetzt mal weg. Da schrauben wir das jetzt mal weg. Furbacca wurde aufgeschraubt. Jetzt setzen wir die Batterien ein. Und Batterien sind drin. Und Furbacca läuft. Wie beim anderen Furby könnt ihr ihn füttern, streicheln. Er reagiert auf Soundgeräusche. Also gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Er nickt. Ja. Also ich glaube, das ist für jeden Star Wars Fan genau das Richtige. Da bin ich auch.